Deswegen setzt euch nie ein finanzielles Ziel alleine. Eigentlich wollte ich wissen, wie war der Moment, als Sie dann nach dreieinhalb Jahren die finanzielle Freiheit erreicht haben? Wie haben Sie sich emotional gefühlt? Ja, was denkst du denn? Du warst scheiße. Nein, nein. Sie irren alle. Sie irren alle. Ich war leer. Ich war leer. Ja, weil finanzielle Freiheit kein Ziel ist, meine lieben Freunde. Ich war da und habe gemerkt, alles das, was mich angetrieben hat zu tun, ist plötzlich nicht mehr da, weil ich das Ziel erreicht habe. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich mit meinem Tag anfangen sollte. Ich war leer. Da war eine Lehre. Deswegen setzt euch nie ein finanzielles Ziel alleine. Setzt euch ein sinnvolles Ziel, das könnt ihr mit Zahlen begleiten, aber sonst kommt ihr in eine echte Lehre. War ich stolz? Ja. Habe ich mir auf die Schultern geklopft? Ja. Zwei Jahre vorher hatte ich mir eine S-Klasse gekauft. Bar fand ich das cool? Ja. Bargeld rausgenommen, den Verkäufer beeindruckt und so weiter. Alles gut. Aber das ist eine Form von Stolz. Da ist nichts gegen zu haben, aber das hat nichts mit Erfüllung zu tun. Gar nichts. Das wäre dann die Folgefrage, wie war dann verglichen der Moment, als Sie dann Ihren Lebenssinn gefunden haben mit dem Moment? Nach Hause kommen habe ich geweint und war glücklich. Also das Eindruck, ich war einfach mit mir versöhnt. Ich habe mich zum ersten Mal kennengelernt, akzeptiert, lieb gehabt, war alles da. Ja. Auf einmal. Und das ist jetzt noch bis heute? Ja, mit unzähligen. Ich bin nicht so ein starker Mensch, wie mich manche gerne sehen möchten. Ich habe viele Tiefs. Ich war krank, habe gedacht, boah, wie kriege ich alles das, was ich gelernt habe, übersetzt, dass es mir auch hilft, in der Krankheit an mich zu glauben. Ich habe hier mal einen Zweifel, da mal einen Zweifel. Aber ich habe dann diese Grundstärke, da durchzukommen. Und immer Menschen gehabt, die mir auch helfen. Aber ich bin nicht der Held, der diese Versuchungen nicht hat. Der einfach los, das bin ich nicht. Dadurch, für euch wieder gut, kann ich die meisten Menschen sehr gut verstehen. In ihren Kümmernissen. Und ich sage euch, wenn ihr denkt, ihr seid stark, da kommt ein Problem von einer ganz anderen Seite und auf einmal bist du wieder ziemlich am Anfang. Du musst all das nehmen, was du vorher gelernt hast, um es in der neuen Situation, so einzusetzen, dass es dir wieder hilft. Wie war die Frage? Die Frage war, ob der Moment, wo Sie sagten, Sie sind nach Hause gekommen, ob das immer noch so ist? Ja, das ist immer noch mit Hochs und Runters. Also es ist nicht so, dass es seitdem ununterbrochen 25 Jahre waren, in dem es mir immer gut ging und ich voller Begeisterung, wenn du richtig krank bist, bist du nicht voller Begeisterung. Also da musst du schon ein sehr, sehr weiser, spiritueller Mensch sein, dass du dich so sehr auf das Wesentliche zurückziehst, dass du das alles erträgst. Es gibt solche Menschen. Das ist in meinen Augen übrigens die wahre Meisterschaft. Das ist das, was ich so mir für den Rest des Lebens auch auf die Fahne geschrieben habe, zu lernen. Weil die wirkliche Freiheit ist immer eine geistige, spirituelle, emotionale.